Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Parkfunke. Vom Märchenwald bis zum Gruselpark. Erster Spatenstich für den Kunstrasenplatz in Bad Bramstedt. Notinsel Sommerfest im Stadtpark. Theaterverein Bad Bramstedt startet in die neue Saison. Und der HSV gewinnt gegen VfR Neumünster in der Grümmi Arena. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert von Edeka Grümmi, Neumünster City, Tungendorf, Bostedt und Einfeld. Die Freude war groß. Bad Bramstedts Bürgermeister Hans-Jürgen Kütbach und sein Stellvertreter Arnold Helmke gaben mit dem ersten Spatenstich den Startschuss für den Umbau des bisherigen Trennenplatzes zum Kunstrasenplatz. Es ist ja ein langer Weg gewesen. Fast zwei Jahre haben wir gebraucht. Viel Arbeit und nun geht es endlich, endlich los. Wir haben so viele Mannschaften und wir haben nur einen anderen beleuchteten Platz. Wir brauchen unbedingt ein zweites beleuchtetes Spielfeld, das man auch immer durchgehend, auch im Winter und im Sommer, benutzen kann. Die BT-Fußballabteilung, unser Förderverein Fußballgörner e.V., gibt 20.000 Euro. Der Gesamtverein ca. 40.000 Euro. Und besonders ist auch zu sagen, dass wir uns um die Schonung des Platzes kümmern, um die Wartung des Platzes. Und das ist ein fünfstelliger Bereich. Geplant ist, dass die Fußballer der Bramstädter Turnerschaft noch in diesem Jahr die ersten Spieler auf dem neuen Platz am Schäferberg antreten können. Gemeinsam rückten Spieler, Trainer, Eltern und Unterstützer mit Schaufeln gerüstet den Weg rund um den Platz zu Leibe. Trotz des wechselnden Wetters besuchten zahlreiche Neugierige den Flugplatz in Neumünster. Denn hier gab es an zwei Tagen Flugzeuge und Hubschrauber zum Anfassen. Einige Buden auf dem Festplatz sorgten für das leibliche Wohl. Wer Lust hatte, konnte selbst einmal mitfliegen und sich von der Begeisterung der Piloten anstecken lassen. Eine wahre Augenweide war das diesjährige Parkfunkeln vom 29. bis 31. August im Stadtpark Norderstedt. Lichtdesigner Wolfgang Flammersfeld zauberte eine märchenhafte Kulisse und ließ dabei nichts aus. Die Besucher kamen aus dem Staunen gar nicht wieder raus. Was ich erlebt habe, sind ganz viele Lichterspiele, die mir unheimlich gut gefallen haben. Und vor allen Dingen am besten fand ich eigentlich so die Sträuße, die da hinten waren, die beleuchtet worden sind in verschiedenen Farben. Und die Pferde, das sah total natürlich aus und hat mir total imponiert. Und ich fand es auch total schön, die Frau, die da beleuchtet worden ist und dazu getanzt hat. Kunstvoll stellte der Designer mit Hilfe verschiedener Leuchtmittel, unter anderem Ponys, Einhörner und Mammuts zum Träumen, sowie menschengroße vermummte Kreaturen zum Gruseln dar. 10 Mal Kompetenz vor Ort in Schleswig-Holstein. Bei LZ Automobile erhalten Kunden alles von A wie Auto bis Z wie Zubehör. Eine freundliche, kompetente und individuelle Beratung ist für die Automobilprofis selbstverständlich. Das Norderstädter E-Bike-Center Veloman feierte am 1. September große Neueröffnung. Gemeinsam mit Partnern wie Lünes, die mit Barclay Car zusammenarbeiten, begrüßte Wadan Abrahamian die Gäste. Veloman bietet nur qualitativ hochwertige Fahrräder an, konzentriert aber hauptsächlich auf E-Bikes, die neue Generationen an Fahrrädern. Wobei wir bieten auch die namhaften Unternehmen von E-Bike-Herstellern, wie zum Beispiel Flyer, Bircher, was hier gerade bei uns in Heide-Wessel individuell hergestellt werden. Und auch nochmal zwei Marken, die zu vergleichen zu den besseren Modellen sind. Wir bieten komplett Leistungen. Das heißt, wir haben unsere eigene Fachwerkstatt und bieten auch dementsprechend die Serviceleistungen. Dazu stellen wir noch die Zufriedenheitsgarantie, was nicht jeder anbietet. Das heißt, wenn ein Kunde hier ein E-Bike kauft, der ist richtig nachher zufrieden. Und die Servicereparatur, dann machen wir auch hier bei unserer autorisierten Fachwerkstatt, wo auch von Bosch zum Beispiel autorisiert sind und Bosch E-Bike-Service sind. Das bekommt auch nicht jeder Fahrradhändler. Und dementsprechend bieten wir auch hochwertige Leistungen an. Das neue Geschäft mit integrierter Fahrradwerkstatt finden Interessierte zukünftig in der Ulzburger Straße in Norderstedt. Am 4. September standen sich der VfR Neumünster und der Hamburger SV in der Grümmi-Arena in Neumünster gegenüber. Einfache Pässe spielen, weil wir jetzt nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Heute müssen wir besser gegen den Ball arbeiten und lauern. Als die Mannschaften auf das Spielfeld einliefen, war die Stimmung mitreißend. Die Fans jubelten und die Spieler konnten es kaum erwarten. Tausende Fußballbegeisterte verfolgen das sportliche Spektakel. Das erste Tor für den HSV fiel bereits in der ersten Halbzeit. Trotz des Rückstandes feierten die Fans ihren Neumünsteraner Verein. Ja, Verein für Rasensport. Das ist einfach ein super Klub. Der war früher schon aktiv. Nur der VfR. Es hat heute wieder gezeigt, dass der Klassenunterschied heute nicht so groß war. Das ist meine Meinung. Viel Emotion, viel Nähe. Gute Stimmung, lange Tradition. Ja, und Kindheitserinnerung. Also erstmal ganz herzliches Dankeschön an den HSV, dass sie heute wirklich mit der fast ersten Truppe aufgelaufen sind. Oder nicht nur fast, sondern wirklich mit der Top-Truppe aufgelaufen sind. Und ganz riesen Kompliment an meine Jungs, weil das war ja beeindruckend, wie die wirklich bis auf den ersten unglücklichen Elfmeter das zweite Tor. Also wir hatten ja auch zwei, drei Chancen. Nein, also muss ich sagen, große Klasse, schöner Sport, toller Fußball heute Abend. Alles gut. Sieben auf einen Streich heißt es auch in der kommenden Saison des Theatervereins Bad Bramstedt. Also als Abonnent haben Sie ja erstmal einen ermäßigten Eintrittspreis, wenn man das vergleicht mit dem Einzelkartenkauf. Und Sie haben immer Ihren festen Platz, also für sieben Veranstaltungen oder im kleinen Apo für drei Veranstaltungen, haben Sie immer Ihren festen reservierten Platz, durchgängig, der Ihnen sicher ist. Und Sie genießen eben die Veranstaltungen, die Sie gerne sehen möchten. Oh, wir haben ganz viele Highlights. Sie sehen um mich herum die vielen Stücke, die wir anbieten. Ich bin heute sehr neugierig geworden auf die Umsetzung von Kinofilmen im Theater. Also ein Stoff, den wir schon zum Beispiel ziemlich beste Freunde schon als Kinofilm gesehen haben. Und wir wollen einfach mal sehen, wie wird das Ganze auf der Bühne umgesetzt. Das heißt, natürlich ist es insgesamt ein tolles Programm. Wir haben festgestellt, dass auch unsere neue Terminierung, nicht mehr so sehr am Montagabend, sondern am Sonntagabend das zu machen, offensichtlich bei der Bevölkerung und beim Publikum gut angekommen ist. Weil es eine wunderschöne Reise ist zwischen zwei Menschen oder eventuell würde ich sogar sagen für das ganze Haus, also für sechs Personen, die eine Reise gemeinsam beginnen, um sich selber und den anderen kennenzulernen und eigentlich erzählt es das Leben, finde ich. Und deswegen ist es eigentlich nicht wirklich nur für ein Alter gemacht, sondern es trifft jeden und jeder kann sich damit irgendwie identifizieren und es ist eine sehr berührende und wunderschöne Geschichte. Zum ersten Mal fand das Gutbissenmoor Classic in Bad Bramstedt statt. Mehr als 100 Golf-Profis versammelten sich zum gemeinsamen Spiel. Über drei Tage hinweg wurde das Turnier im Rahmen der Pro-Golf-Tour gespielt. Dotiert war der Wettkampf mit einem Gesamtpreisgeld in Höhe von 30.000 Euro. Also es gibt drei Profi-Ebenen im Golf-Sport. Es gibt ganz oben die European-Tour, dann gibt es die Challenge-Tour und das Sprungbrett in die Challenge-Tour ist hier diese Pro-Golf-Tour. Und da sind jetzt im Teilnehmerfeld über 20 Nationen hier. Also für uns war es das erste Mal und wir wollten erstmal gucken, ob das funktioniert, ob das erfolgreich ist und wir haben während der Durchführung schon festgelegt, dass wir es nächstes Jahr wieder machen wollen. Mit einem souveränen Vorsprung von vier Schlägen hat sich Sebastian Heisele den Titel des Gutbissenmoor Classic 2014 und damit seinen zweiten Sieg in diesem Jahr gesichert. Zum Sommerfest der Notinsel kamen zahlreiche große und vor allem kleine Besucher in den Stadtpark Norderstil. Notinsel gibt es seit acht Jahren jetzt in Norderstedt und es geht darum, den Kindern, Vorschulkindern, aber auch Erstklässlern vorwiegend, also Grundschulkindern, Anlaufstellen zu bieten, gerade auf dem Schulweg, aber auch wenn sie so unterwegs sind. Und Anlaufstellen heißt, wenn sie ein Pflaster brauchen, wenn das Handy verloren ist oder wenn sie auch jemand verfolgt. Also auch für diese Notfälle wollen wir da sein, dass die Kinder sehen, da ist ein Geschäft mit diesem Zeichen und da bekomme ich Hilfe. Es gibt deutschlandweit verschiedene Notinseln, kann man als Stadt sozusagen sich dafür bewerben und dann kann man das, ja, sich, kann man das organisieren. Und wir haben es geschafft, dass wir in Norderstedt 150 Anlaufstellen derzeit haben. Wir werden uns nach der Veranstaltung mit all unseren Partnern, die ja heute auch hier sind, zusammensetzen. Ich denke, wir sind alle sehr zufrieden damit. Wir haben super Glück mit dem Wetter, viele interessierte Besucher, aber die Schwierigkeit ist eben, dass man auch immer wieder das Umfeld und auch die Presse natürlich dafür begeistern muss, weil es eben eine feste Veranstaltung ist. Aber wir haben ja auch immer wieder neue Grundschüler. Also es liegt dann, glaube ich, auch an uns, da immer wieder neue, sagen wir mal, kreative Veranstaltungsformate zu finden, die, obwohl man eigentlich weiß, was das Projekt bedeutet, trotzdem so interessant sind, dass ja auch das Umfeld gern darüber berichtet. Aber ich bin da sehr optimistisch. Ein buntes Programm inklusive Karussell- und Ponyreiten sowie Norderstedter Vereine, die sich vorstellten, erwartete die Besucher. Stadtmagazin TV Termine Nach der Premiere am 6. September in Bad Bramstedt folgen drei weitere Termine der Oper Dido und Aeneas in Bad Segeberg, Tornisch und Kaltenkirchen. Start in die berufliche Zukunft. Vom 12. bis 13. September findet die 18. Junge Messe in der Tribüne Norderstedt statt. Am 16. September spielen Amelie van Wauhe und Lukas Blondel mit Klarinette und Klavier in der Tribüne in Norderstedt. Nun folgen die Holstenhallen-Events. Die Nordbau, Nordeuropas größte Baufachmesse, lockt vom 10. bis 14. September alle Bauinteressierten in die Holstenhallen. Eine Kunstausstellung im Rahmen des Kunstfleckens findet am 14. September in der Passage der Stadthalle Neumünster statt. Stöbern und schöne Dinge entdecken können die Besucher am 28. September auf dem Flohmarkt auf dem Außengelände der Holstenhallen. Und hier kommen die Schlagzeilen. Das diesjährige Bad Brahm-Städter-Weinfest auf der Ostau-Insel fiel trotz des wechselhaften Wetters nicht ins Wasser. Für Stimmung sorgten wie immer guter Wein und hervorragende Livemusik. Die Handballerinnen der weiblichen Jugend C des SV Tungendorf freuen sich pünktlich zum Saisonstart über einen neuen Trikotsatz von der Dachdeckerei K.U. Jürgens. Ende August wurde die Wassermatschanlage auf dem Spielplatz der Kindertagesstätte Schulstraße in Hennstedt-Ulzburg eingeweiht. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert von Edeka Grümmi, Neumünster City, Tungendorf, Bostedt und Einfeld.